So, einen schönen guten Abend mein Lieber, willkommen zu meinem neuen Vlog. Und ja, ich will wieder kurz was sagen, dass die Patricia erst morgen kommt. Viele sagen, dass die Patricia nicht kommt, deshalb kommt sie erst morgen. Und ich habe seit vor der Woche einen Brief geschrieben, deshalb wird es ja schön, dass sie erst morgen kommen soll. Ich habe die Patricia gleich bei IdrisTV online. Und da habe ich ja bei Youtube, dass sie erst am Morgen kommen. Fast geht es um halb 5, dass sie erst am Morgen kommen ist Dienstag. Und ich freue mich schon darauf, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr euch gerne machen. Und zwar, ich wünsche mir 100.000 Abonnenten, also da könnt ihr euch gerne abonnieren. Und dann machen wir mal ein großes Fan-Treffen und ihr könnt mich gerne abonnieren. Und ja. Und ich habe ja kurz was zu sagen, ich brauche eure Hilfe. Und zwar für die kleine Schere, weil sie unsicherbar ist. Und ja, weil sie süß ist. Und ja, die braucht ein bisschen Unterstützung für Hilfe. Also die Patricia, die Patricia soll eigentlich schon erst morgen kommen. Aber die kommen erst morgen wieder her. Vielleicht kommt die erst morgen, vielleicht kommt die erst später. Aber sie soll eigentlich erst morgen kommen. Und ja. Und dann ja. Also das war's mit Lukas. Hat euch wieder gefallen. Gibt es Daumen nach oben. Wenn euch jetzt nicht gefallen mag, Daumen nach unten. Und abonnieren. Mein Kanal ist immer kostenlos. Und wieder so, bis zum nächsten Mal. Also das war's. Tschüss ihr Lieben. bis zum nächsten Mal ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. DBoß uns дваigenten. Officine. Imb� confer meterswan.